So, wir spielen wieder 2 gegen 2 und diesmal auf Skidraw. Skytraw. Skytraw. Auf jeden Fall. Die letzte Aufnahme war ja sehr spannend. Für uns ist sie ja gerade echt her. Ja, was ist das? Du die hast du? Ja, das war ja. Die nächste Runde. Suche und zerstören. War das gerade schlecht, Alter? Du musst du? Keine bösen Wörter. Das war nicht in Ordnung. Wirklich? Ja. Wirklich? jawohl mach mach second ich bin ich mit g 18 Nö. Okay, gut. Mit was spielst du da? Was ist das? M9. Achso, okay. Die ist okay. Ich hab schon gedacht, du spielst die Achtung. Wir können keine Pistole zocken. Ich kann das nicht. Ich kann auch nicht. Was geht mit meinem Wasser? Scheiße. Einer ist durch bei uns spawnen. Oh, lol. Oh, hat der doch umgedreht. Läuft in Richtung spawnen. Hinter dir. Hast du? Die sind beide... Nein! Die haben die Runde verloren, aber es ist doch nicht vorbei. Der hat der umgedreht, Alter. Ich glaub's nicht. Der hat mich von beiden Seiten geschossen. Guck mal, da kommen gleich ein paar Schüsse von mir. Seitenwechsel. Seitenwechsel. Okay. Seitenwechsel. Au. Wenn du siehst. Du kommst gerne! Desen! Du kommst! Du kommst. Du kommst! Du kommst! Ja, nee! erstmal ganz gemütlich das ist die Linie und so der Zeitung zu der letzte mal nach und dann also ich würde sagen die teams sind echt gerecht ich bin mal sehr schön mein freund ja klar was ist für die scheiß waffe alle aber es ist doch nicht vorbei ich habe es denn benutzt nachher fahren wir es oder umdrehen mit schalldämpfung sei ein strahl ins knie alter bist du da so eine kacke hier sehr schön nicht so schön ich komme nicht weg du bist als Einziger übrig komm Schatz, das schaffst du ich kann mir auch nicht sagen wo er war glaub an dir LOL meine Maus ey du scheiß Maus Kopf in the rocket bei mir auch mal was mir funktioniert irgendwie funktioniert irgendwie die rechte Maustaste nicht so richtig ja hat man gerade gesehen oh Mann das ist richtig behindert richtig behindert wir haben die Bombe ja wahrscheinlich oder er sagt war sehr schön äh 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 hier eine komische Bibliothek am Spawn da wo die ganz wo die ganz viel Bücher da sind wo die ganz viel Bücher da sind Trillium ich hör den ich hab irgendwas gehört ja genau da drin geh rein ja 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 dann da ich glaub du musst auch mal Bombe nehmen bei der der bei uns von nicht folgen macht ich sag dir noch nicht folgen in jeder runde zweimal pass auf, pass auf, pass auf einmal, zweimal, richtig geil Zweitlaufesfeld ist vielleicht Oh, da lag er, ich hab noch gesehen Äh, bei B liegt er Passt schon Schau's dir mal an, ey, richtig geil Ja, keine Ahnung Ey, ohne Witz Ich hab keine Ahnung, was da passiert ist Das Ziel verteidigen Aufklärungsdrohne online Och, komm Brauche ich noch eine Konter Brauch Ach was, ich tue Ich hab kein Eiskalt, oder? Nein Negativ Passt euch Das Ziel verteidigen Ach, schön Fick dich Nö Das ist anatomisch relativ unmöglich Vollatomisch, ne? Anatomisch Oh, ich hab atomisch verstanden Hast du mich gehört? Nein Du hörst ihn doch Ja Tue ich auch Aber ich trau dem kleinen Kackspasten irgendwie nicht Ich hab' den gemäßt, aber ich hab' den gemäßt, mach' den gemäßt Tue ich hab' den gemäßt, mach' den gemäßt wie gut das ja nicht über den gleichen Weg geht ja Variation mein Freund Variation gut geschossen muss man schon sagen hier wo war er denn äh hier ich hab schon vergessen geh mal eine Etage runter ja mach das mal ja die nächste Runde ja wahrscheinlich schon gar nicht im Team zu haben wahrscheinlich ich hab Vollmantel wieso was muss ich für eine Ping haben dass der nicht getroffen dass der keinen Treffer gelandet hat du hast einen scheiß Ping ja eben ich war direkt drauf das na egal du hast du live mit diesem Problem ich denke so ich denke so ich hab mich verarscht auf 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 her Unbeerlangt! Aufklärungsdrohne online! Hab ich gehört. Nooo! Nein! Wieso? Du bist der Letzte! Bring die Mission zu Ende! Hm, ich die Waffe hasse. Äh, der ist, ähm... Genau, der war hier. Genau, der war hier, ja. 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 Weisste Beschreibung ever. Fuck, Alter, jetzt kann ich nicht mit dem reden. Ja, mein Lord. Ui, uuu. Ui, uuu! Geil! Hä, hat er sich nicht bewegt? Kann das sein? Ich hab's einfach so... Leblust da! Ja, guck mal! Weil, weil... Yannis antwortet, äh, Jonas antwortet so vertrauen, ne? Das Ziel zerstören! Ich glaub, die... Sind beide gerade dringend. Du bist richtig derbe. Ich wollte auch nicht. Hm? Was war denn mit deinem Bruder grad los? Äh, unsere Mutter kam grad. Was? Unsere Mutter! Unsere Mutter! Ey, warum... ...Mission! Du bist als einziger übrig! Hm... Wo bin ich denn? Jetzt hab ich gehört, da hat jemand eine Claymore geplantet. Komm, du bist mir lieb! Komm, du bist mir lieb! Oh Gott! Aufklärungsdrohne einsatzbereit! Hä? Was? Och, komm, wirklich jetzt! Oh! Gut gemacht! Lol! Lol! Hä? Falschern, oder was? Das war... hä? Hä? What the fuck? Hä? 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 Ja, warum nicht, ne? Hä? Okay, ich check das jetzt grad nicht. Ich ja auch nicht. Ja. Hm. Hauptsache... Yo! Oh, nö, ne? Oh doch, ne? Das geht's! Wir alle zählen auf! Sehr schön! Aber es ist doch nicht vermeint! Scheiß Waffe! Hey, ich bin gleich wieder da! Nein, Anna! Wir liegen hier! Boah! Ich hab mir so gesagt, dass du jetzt so dramatisch sagen musst. Nein, verlasse mich nicht! Ich hab mir so ein bisschen gefehlt! Okay, ne? Ja, der ist A lang! Also, hier, Tunnel! Der geht A lang! Aufklärungsdrohne! Ja, ich hab den dümmsten Hund der Welt! Ich hab den dümmsten Hund der Welt! Echt jetzt? Nein, macht's nicht! Mach's nicht! Mach's nicht! Die M9 ist nicht so gut wie die P2000! Boah, scheiß! Der hat so einen hessischen Shotgun! Ich muss doch auch mal in den Shotgun spielen! Boah, ich hab grad irgendwas an meinem PC! Ich hab grad irgendwas an meinem PC! Definiere! Definiere! Definiere Problem! Äh, ich hab grad mein Lautsprecherkabel ausgestickt! Yeah! Och, schön! Oh, 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 oh! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Nein! Nein, der ist nach oben geflogen! Äh, der ist A lang! Lol, Heiko spielt Watch- Ja! Lol, der spielt Watch Dogs, willst du mich verraschen? Juni bei A! Hä, wie kommt denn Watch Dogs? Weiß ich nicht! Äh, 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 äh! WOOOOO! 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 Okay, alles gut mit meinem Kabel! WOOOOO! 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 Ich weiß! Wie gesagt, ich hab mich grad entschuldigt! Das Ziel zerstören! Wir haben die Bombe! WOOOOO! 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 MHM! Ja, ist echt genauso! Ja, das ist ein schweres Geschwitz, mein Freund! Beziehungsweise leichtes Maschinengewerken! Wollen wir schon denken, wo der plantet. Nein, der ist A. Hackt wahrscheinlich wieder mit der Scheiß-Shotgun. Nee, der geht hoch, der geht hoch, der geht hoch. Pass auf. Hinter dir. Der ist wieder um die Ecke, da in dem Grünraum. Doch nicht. Wer ist hinter dir? Verfolg dich. Und ich hab ne Paranoia. Lass mal her. Wir haben die Runde, aber ich bin doch nicht vorbei. Von hinten. Ja, das ist mein geilsten. Ja, da läuft der zurück! Ja klar, warum lauft ihr grad dann zurück? Keine Ahnung, Lack oder so. Ui! Ui pui! Ich hab mich selbst erschossen. Ich hab mich selbst mit nem Granatenwerfer getötet. Äh, Raketenwerfer. Ja, der ist, der ist rechts. Die hessische Rauchgranate. Was? Ja, ok. Komm schon, wir schaffen das. Fetty, wir schaffen das. Okay? Wir machen's jetzt nicht so spannend wie vorhin. Guck! Ja. Wir holen jetzt so unseren Dicken raus und dann... Geben wir den so'n Slap ins Gesicht und dann machen wir die fertig. Puh! Kompedie! Oh! Einen! Einen! Das Ziel verteidigt mein Bestes. Kann ich eben gleich nicht mit den Kopf verrecken. Nee, nee. Einer weg! Der zweite ist beim Spawn, äh, von Ding. Ach! 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 Ooi! Wo ist der? Das Nein! aldes Ich Mai Keine Ahnung, wo der war! OH NEEE! Guck! Ja, ok. Alles- Alles cool! ich hab wusste, dass du bei A bist, du musst sich verteidigen ja ja, ich glaub schon ich glaub schon doch jetzt Messern, oder? ja, der kommt von hinten, wie so ne kleine, ach, egal kommt, Paddy, einen kommt hundertprozentig von hinten nicht von hinter dir genau, von da ach, egal äh, keine Ahnung, wo du bist ruhig bleiben, ruhig bleiben keine Ahnung ach scheiße, schon wieder jawohl jawohl ich hab's auch gesehen gehabt, ich mach schon wieder fast weg ja, ich hab grad da hinten noch gesehen, guck da ja oh geil boah okay, wir bedanken uns schon wieder zwölf, elfmal die folgen sich immer so lang das gibt's gar nicht und ja, würde ich sagen, sehen uns das nächste Mal wieder bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal talonara tschüss für Sie tschüss